Wir gehen einfach ganz weit weg und dann... Nene, ich nehm die... ich nehm die Turtle hier. Und so sind die Turtle's auch da. Floss Experience. Hey! Na, Flash? Ja, ausnahmsweise sind die dafür da. Uah... Hey, hau mich nicht mit dem Schwer, du Spacken! Ja, hau mich nicht zu Tode. Ich wollte dir noch einen Head da übrig lassen. Jaja, genau. So wie immer. Und dein Headflash wieder geboxt. Äh... Egal wie es heute ausgelaufen wird, Adrian wäre wie dazugekommen, hätt mich auch nochmal geschlagen. Nein, Adrian... Wird ihr wissen, lieber Junge. Ja, ganz lieber Junge. Mein Wegen können wir anfangen. Bin ready. Was habt ihr wieder gemacht? Wen habt ihr getötet? Der hat mir in die Loch runtergeschossen. Haha. Wie wusste ich, dass sowas passiert? Warum stellst du dich bitte auch an die Kante? Ja, ich wollte gucken, was da unten ist. Loch. Ja, danke, wusste ich jetzt auch. So meine Kinder, seid ihr alle ready? Ja. Ja sicher, meins läuft alles. Meins läuft. Ja dann. Lenni, läuft deins. Na? No play? Cool oder? Nimmst du jetzt mit Shadowplay auf, oder was? Vielleicht. Wenn Shadowplay drauf klarkommt. Warte mal. Manuel ist Aufzeichen, ein- und ausschalten. Ja, nimm einfach Ops. Ja, Ops. Du hast du OBS extra eingestellt jetzt, richtig? Ja, ja. Alter, Knallkopf, kacke. Junge! Du hast ihn wieder runtergekriegt, oder? Kann anfangen, oder? Ja, ja, wenn... Wenn Lenni seine Aufnahme an hat. Okay. Und an. Aus! Jo Leute, unser Mitweg zurück zu das Beklopptenprojekt The Next Generation mit dem Flash. Mit WTF! Tschüss. Ah, mit Lenny, der mich gleich töten will! Und Centos! Oh mein Gott! Bist du hässlich! Bist du hässlich! Bist du hässlich! Nee. Nachdem WTF und ich die letzten beiden noch gestern hier waren und ne supergeile Bärdungsaktion hatten. Und Stinker hatten wieder hier. Und die sich beiden da hinten bekloppt boxen, ich weiß auch nicht warum. Irgendeiner fliegt gleich von euch ins Loch und heult. Ja! Wahrscheinlich ich! Okay, ich spiel mit. Okay? Nein! Flash kommt! Ja! Ab zum anderen Queryloch! Achja. Wir haben das Schadengeber. Ja. Warum ist da unten wieder Wasser? Weil's da ist! Okay. Das muss ich gleich irgendwie vernichten. Ich werd jetzt erstmal auf Mining-Tour gehen. Ja, mach das. Dass die Plotanien weiter vorankommen. Ja. Flash geht mal eben kurz auf Tauchtour. Mach mal eben das Wasser. Wuh! 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 Klappstoß! Na jetzt gehen wir gleich Kristalle züchten. Kannst du gerne mit anfangen. Ich wollte das Ding hier hinmachen. Ich bin bei mir in der Nähe. Da ist Wasser natürlich doch. Soll das sagen, das war das letzte Wasser, oder? Dance! Goldohr! Ähm, ja. Dann mach ich mal den ekelhaften Capacitor. Den großen. Machst du. Gut. Wir haben uns schon vorher alles überlegt, was wir noch alles machen müssen. Heute erstmal. Und dann gucken wir was passieren wird. Ja. Wie ne Kraft, ey. Ich hab glaub ich Fackeln noch mit. Oh. Hast du dir nicht irgendwas für Bloodmagic schon bereitgelegt? Ja, ja. Hatte ich. Äh. Mach aber erstmal den Capacitor, weil man da Strom drin speichern kann. Hier, Botania. Yellow. Äh. Gammeliger. Yellow Gammeliger. Yellow Gammeliger. Schimmelpilz hier. Noch einen blauen. Oh, lecker Gammeliger Schimmelpilz. Da 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 da. Ich glaub die Bruchzentos auch die Gammeligen Schimmelpilze hier. Alles von Botani. Botania. Hop. Allett. Und noch einen Gammeligen Schimmelpilz. Da 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 da. Weil die sind Aluminiumbösche nämlich gerade. Die wollte ich auch mitnehmen. Ja. Was ich noch gemacht hatte ist... Kisten gemacht, um alles zu sortieren. Bei sich nur. Ja. Vor der Assi. Aber Lenny baut jetzt bestimmt gleich das ME System, ne? Weil ich das ja brauchte bei mir. Ja. Unbedingt. Flash, sollen wir Lenny Kristalle züchten lassen? Lass schon mal anfangen, wir brauchen massenweise. Lenny, mach mal Kristalle. Weil ich vor allem erstmal alles leer kriegen musste bei mir. Deswegen hab ich das auch gemacht. Wat wird dat? Weiß es nicht, ich sehe diese komische Teile nicht. Ich auch nicht. So. Noll. Da ist kaputt. Was ist kaputt? Ja, dieses komische Ding. Warum Blocks? Normalerweise sind das immer so weiße Felder. Oh, jetzt ist es auch egal. Oh, Zinnbüsche. Nice. Auch egal. Sagt der Lenny. Der Lenny sagt auch egal. Auch egal. Zinnbüsche sind gut. Lenny ist auch egal. Warum muss dieser beschissene Crafter eigentlich auf 200, 2500 RF pro Craften verbrochen, ey? Warum? Warum soll der noch mehr verbrochen? Nee. Weniger. Hä? Hä? Aber Strom kommt ja genug an. Ich muss mal Musik umschalten. Ich will keine Manix-Musik hören. Ich hab grad den Pulverizer und den Reds of Runes an. Also eher nein. Ah, okay. Mach mal random aus. Das sieht ein bisschen lauter. Und hier sind einfach immer noch 7000 Liter Beeren-Saft drinne. Wollen wir mehr Generatoren oder größere? Ja. Ja, mehr Transparen und einen Achter bauen, ne? Ja. Dafür brauchen wir jetzt erstmal Eisen. Jetzt hol ich mal eben hier. Oh, Eisen. Eisenpuppeisen. Oh, es tanzt. Yay. Ich gebe dem Dance Eisen eine 3. Da 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 da. Okay, wir sollten alle nicht singen. Du kannst so tanzen, hast keine Freunde. Ja, da ist voll schlecht so. Ja, hast du wirklich nicht. Stimmt ja. Ja, mein System scheiß. Mach mal. Züchte mal Kristalle. Mach mal. Nepp. So, wo ist Centos mit seinen komischen Botanien? Ich habe ein paar Schimmelpilze für dich mitgebracht. Ja, Kiste rein. Da wo Botanienblumen draufsteht. So sind die Pilze auch dann. Jetzt da bei dir irgendwo, oder? Mhm. Okay. Wo die Kisten sind. Ah. So. Hier ein Double. Botanien Zeugs, oder? Oder Blumen? Blumen. Okay. Pilze. 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 Okay. Haben wir. Oh, ist wieder NERD. NERD. Ja. NERD. Doch. Wie hat das aber? NERD. Nacht. 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 Ja, jetzt müssen wir... Ja, jetzt müssen wir... Ja, jetzt müssen... Wir müssen drei Leute müssen schlafen, oder zwei? Drei. Ne, zwei reichen sogar. Fifty-fifty. Ja, zwei reichen. Okay. Sing Halleluja! Wir sind wieder... Waaah! 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 Wir haben jetzt auch mal wegen Kohle, dass ich das dann verdoppeln kann. Hoffentlich. Hat er ja gesagt. Hoffentlich verdoppeln kannst. Ach cool! Energetic alloy! Kannst du die verdoppelte Kohle eigentlich immer wieder verdoppeln? Klar. Klar kann ich das. Ich brauche nur genug Mana dann. Toll. Dafür muss ich Elementium erstmal haben. Und... Fixi-Tast. Energetic alloy! Warum sind wir eigentlich in diesem Channel, frage ich mich immer noch. Gute Frage. Egal. Egal. Ja. Ja. Wenn einer rein stürbt, können wir ihn ja anschreien. Rausch hier! Rausch hier! Nein, da hast du wieder nerven, weil dann Dede. Mach dir wieder schönes. Dann zwingen wir den einfach mitzumachen. Warum? So. Äh, Kohle, 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 Kohle. Ja. Ja. Das ist jetzt momentan das Problem. Mh. Deswegen kümmert... Bau erstmal. Später können wir immer noch das ganze Haus verkabeln. Ja, bau erstmal das Ding und dann... Sehen wir weiter. Nein! Holz. So. Das ist noch alles raus. Hat der das 1 galt aufgesammelt? Hat der das 1 galt aufgesammelt? Hat der das 1 galt aufgesammelt, die Sau? Dankeschön. Warum soll ich das Ding jetzt nehmen, hier in das Building Guide? Keine Ahnung. Ich hab schon mal mit Building Guide ein riesen Gebäude gebaut. Es hat gereicht. Oh, Lenny. New ore miner.